So Leute, bevor das eigentliche Video startet, sorry für diese beschissene Audioqualität, ich habe daran ein bisschen rumgeschnipselt, weil Fladen, der war viel leiser als ich und ja, also ich habe ja etwas dran rumgeschnipselt, ein bisschen lauter gemacht immer und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem, sein Link zu seinem Kanal und zu seinem Stream Channel ist in der Beschreibung und ja, viel Spaß. Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute mein Dual Commentary, nämlich mit dem Fladen. Moin Leute, was geht? Fladen ist auch am Start. Ja, also wir kennen uns schon seit, keine Ahnung wie lange. Halb bis Jahr ungefähr. Ja, und das ist denke ich unser dritter Skype Call jetzt, ne? Ja, könnt ihr hinkommen, ne? Ja, und ja, wir wollen euch mal erzählen, so was unsere Pläne sind, wie wir uns kennengelernt haben. Und ja, also, was willst du jetzt erzählen, also, was von beiden? Ja, ich kann dir mal erzählen, wie ich dich kennengelernt habe und das ist eigentlich ziemlich simpel. Ich war ein bisschen auf Instagram unterwegs und habe so geguckt, weil ich bin ja so ein kleiner Barca-Fan, Whisker Barca. Ja, ich auch. Ja, weiß ja, ne? Und da habe ich dann diese Seite gefunden von Whisker Barca-Club. Und ja, mit dem habe ich halt viele Bilder geliked. Dem gehörte sie? Natürlich dir. Ja, und da habe ich dann halt viele Bilder geliked und dann haben wir halt angefangen zu schreiben und dann hat sich das halt alles so ein bisschen entwickelt. Ja, also, ich habe dann einmal, als ich richtig down war mit der Page, weil es lief nicht mehr gut, habe ich einen Post rausgehauen, nämlich da stand mein YouTube-Kanal und so und da hat er auch kommentiert. Und ja, das fand ich halt richtig nice und irgendwann hat er mir halt geschrieben, warte, ich hau jetzt die zweite Geschichte raus. Irgendwann hat er mir geschrieben, dass er bald mit Streams anfängt, hat er mich gefragt, ob ich gerne mit einem Skype-Call dabei sein will. Und ja, da habe ich natürlich ja gesagt, zur Info jetzt, es geht am 14. los, ne? Ja, ungefähr. Also, da ist dann mein neues Internet da, da werde ich sofort an die Hostie rushen und dann sofort alles reinklatschen. Und ja, denke, am 14. werden dann so abends Streams kommen. Ja, und ich bin meistens dabei dann wahrscheinlich. Und ja, und das sind halt unsere Pläne. Und ja, also erzähl nochmal etwas über dich. Ja, wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Flayne, YouTube Flayengames. Ich mache auf meinem Kanal hauptsächlich Call of Duty, manchmal auch Minecraft da, das ist eher seltener, vielleicht auch GTA 5 auf PC. Das werde ich noch so ein bisschen sehen, werde ich noch so ein bisschen ausprobieren. Ähm, ja, ich so seit ungefähr anderthalb Wochen oder seit einer Woche auf meinem Kanal Videos bringen. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Viel mehr gibt es da ja jetzt nicht so. Ja, und. Ich bin jetzt 14 Jahre alt. Ja. Ich wollte ihn auch etwas supporten, weil, wie lange machst du? Seit anderthalb Wochen, ne? Ja, ungefähr. Ja, genau, und er hat erst mit mir jetzt zusammengerechnet 5 Abonnenten. Dann, wieso sollte ich nicht einfach ihn mal ein bisschen supporten, weil er ist echt korrekter Junge. Er, la, la, er, er, boah, mein Versprecher. Er lädt mich zu seinen Streams ein. Und, ja, das ist mir halt eine riesen Ehre, dass ich, äh, dass ich so eine Anfrage schon bekomme mit 69 Abonnenten. Und, ja, also, dann war es das eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Am Sonntag kommt dann auch noch ein neues Video. Und dann sage ich von meiner Seite aus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und die letzten Worte gehen am Fladen. Jo, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Nochmal danke an dich, Bro, dass du mich eingeladen hast und dass ich mit dir das aufnehmen konnte. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.